Die Jugendlichen so groß, weil die meisten erreichen eigentlich die Zeiten, die sie im Training schon gelaufen sind, nicht unbedingt. Ja, so ein Rutschig ist. Okay, geht's bitte? Ja, also da darf ich her, gut. Auf die Plätze! Ja. Fertig! Ja, jetzt haben wir den Mann her und die Gäste, die wir beschert haben, nur weil er weiß nicht so den Namen nicht. Was ist, ich will dich hier um den Namen bitten aus dem Hofdorff? Ja, hier. Achtung, Achtung und Zerstell ist. Dach ich dich unter einen Namen bitten aus dem Hofdorffz... Bernhard Kargil. Bernhard Kargil. Der fahrende Treppenläufer hat mit 28 auf 50 die Führung übereinander.